Und damit sage ich herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir ACP 432 oder ACP 432. Ich weiß nicht wie man das nennt. Und mit Psycho wird natürlich das auch kommen. Und das soll das schlimmste ACP ever sein. Also, ja. Wir spielen die 1.3 Version. Und ich weiß wirklich nicht, was mich da erwartet. Wirklich gar nicht. Ich kenne das nie einmal. Ich dachte, es gibt nur ACP 087, A und B und das war's. Ja, und ACP Containment Blitz kenne ich auch noch. Aber, boah. Find the box before Monster catches you. Okay, so wie es aussieht, müssen wir eine Box finden. Was ist Zeit? Ah, jetzt gehe ich ins Internet. Nein, ich will nichts sehen. Jetzt hätte ich mich beinahe gespoinert. Egal, let's go. Okay, wir sind hier, so wie es aussieht, in sehr engen Räumen. Was, kam ich da? Von da kam ich doch gerade erst. Da war doch die Tür. Hä? Was war das? Hallo? Dann suchen wir mal die Box. Was ist das denn? Alter, Alter, Alter. Hä? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hä? Jetzt sind sie weg. Ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Ich will das nicht spielen. Ich weiß nämlich, was... Oh, mein Herz. Okay. Doch nichts Schlimmes gesehen, außer die zwei leuchtenden Dinger. Boah, nee. Na, wo bist denn du, Box? Nein, 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 nein. Was war das? Alter, ist das das Monster oder was? Boah. Sieht da ziemlich komisch aus, das Vieh. Ich hab die Box gefunden. Ich hab die Box gefunden. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ich steuere nicht gerade. Hä? Was? Was ist passiert? Warum ist alles auf einmal so verschwommen? Ich seh gar nichts. Ich seh... Das ist das Vieh schon wieder. Ich seh nichts. Das war, glaub ich, die falsche Box. Gibt es zwei Boxen oder was? Leute. Hä? Ich glaub, diese Stampfen kommen von dem Monster. Ich seh nichts. Ich seh... Ich seh gar nichts. Uff... Ja, super, es wundige... Oh... Sorry, ich hab mich gerade angehört wie ein Mädchen. Oh... 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 Die haben verloren. Oh... Das war wahrscheinlich die falsche Box. Verdammt. Naja... Fail halt. Dann probieren wir's halt nochmal. Ach nee. Ach nee. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Oh! Es wird mal lang. Du fickenes Teil. Sorry. Boah, jetzt hat er's wieder umgebracht. Es gibt ja auch noch 1.4. Du bist wohl ein Geist und kannst einfach durch die Wände glitschen, oder was? Sieht irgendwie aus wie ein Hund. Ganz komisch ist Vieh, ey. Oh, ich zitter an meinen ganzen Beinen, ey. Ja, aber warum hat das die falsche Box? Nein, Sackgasse! Bitte sei nicht hinter mir. Okay. Das war gut. Da hat uns auch nur noch eine Lampe. Oh, der kann gar nichts machen. Der ist schon wieder hinter mir, oder? Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich, Junge! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich, bitte! Oh! Ich war in der Sackgasse, Alter. Da hätte ich mich umgebracht beinahe. Jetzt ist er schon wieder da. Ich hör ihn. Ich hör ihn. Nicht. Ja, glitscht dich doch nicht durch. Was bist du überhaupt? Schneller! Piss dich! Oh! Jetzt ist er schon wieder da. Wo ist die Box? Wo sind wir jetzt hier überhaupt? Oh, welch in der Scheiße! Will ich dir mal verschwinden, ey? Ich glaub, ich hab die Quali zu schlecht gemacht. Da war er grad! Ich hab ihn genau gesehen. Du kleiner Sackgesicht! Sieht eher aus wie ein Drache. Wenn man ganz nah an ihn... Oh! Wenn man ihn ganz nah anguckt. Sieht aus wie ein Drache. Oh, wo ist der jetzt? Ich hör ihn doch. Aber wo? Nee. Bock! Wo bist du? Wo? Hm? Ich hab viel gefunden. Ich hör ihn wieder. Oh! Ich hör ihn wieder. Von wo kommst du? Ich hör... Alter, 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 alter. Hä? Wo ist der Sound? Hä? Musik? Du Vollidiot! Oh! Okay, der hat sich wegteleportiert. Danke. Ich glaub, ich glaub, ich lauf immer im Kreis. Na, na. Hm. Pfff. Ich hör dich doch. Dipp, dip, 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 dip. Hau ab. Hau ab. Ah, der läuft ja nicht. Ich würd... Piss dich. Piss dich. Piss dich. Boah. Vielleicht, wenn er von da kommt, ist die Box. Da war ich auch schon tausendmal. Jetzt geh ich mal hier... Warum kommt er jetzt von hinten? Wo ist die Box? Hm? Sorry, man sieht mich nicht so richtig... Warte mal, ich mach mal die Kamera... Boah, mein Herz. Ich mach mal die Kamera ein bisschen besser. Zwar schwarz-weiß, aber es ist halt heller. Na, ich seh nichts. So. Ja, genau. So ist besser. Ja, ist ja gar nicht schwarz-weiß. Ne, ist nicht. So. Mann, mach mal 60. Ist doch viel, viel bessere Quali. Ja, hallo. So. Dann probieren wir es halt nochmal. Oh, Junge. Ich will das jetzt mal sehen, weil ich... Bin doch nicht dumm. Warte. So. Was? Wo ist die Tür? Egal. Wo? Das kam grad von links. Bei mir. Du kleines Arsch. Eigentlich hab ich gesagt, ich würde das niemals alleine spielen. Hä? Was mach ich gerade? Ich glaub, ich werd nie wieder schlafen. Da ist sie! Da war die Box. Da war die verdammt... Und da war das Vieh auf einmal da. Boah. 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 Kannst du mir das doch nicht erzählen. So, jetzt will ich noch mal gucken. Weil vorhin war die Tür da. Und jetzt ist sie... weg. Hä? 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 Warte nochmal. Und jetzt ist sie... weg! Und das Monster ist hier irgendwo... Wo? Boah. Wie laut das auf einmal war. Boah. 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 Du kleines Arsch. Hopper. Hä? Wir starten immer von woanders. Geil. Äh. Nicht geil. Da weiß ich gar nicht wo die Box ist. Aber die Box scheint auch immer random irgendwo verteilt zu sein. Weil... Ja. Vorhin. Vorhin. Vor... 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 Wo? Da. Ja. Hallo? Vorhin. Was ist denn das? Achso. Hä? Das ist ja eine Sackkasse. Oh, nee. Von wo denn? Ich hab ihn nicht geseehen. Oh, nee. Ich will die Box jetzt finden. Sonst beende ich das Letztplay nicht. Zwar hab ich sie gefunden, aber irgendwie denke ich, das war die falsche, weil es einfach nicht beendet wurde. Oder ich muss noch eine zweite finden. Ich weiß es nicht. Wo? Scheiße. Scheiße. Okay. Ich bin mal gespannt, wie Psyche darauf reagieren wird. Jetzt höre ich gerade nichts von dem Vieh. Jetzt bin ich schon wieder hier. Da war er gerade. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Warum bist du so langsam, wenn du rückwärts läufst? Das ist Mann. Da hat er sich auf einmal teleportiert und zwar hinter mir oder was? Der war doch wohl noch vor mir. Also es heißt, wenn du irgendwie stampfen hörst, das heißt, er ist irgendwo. Und zwar da. Ja, und wenn es aufhört, hat er sich irgendwo hin teleportiert. Aber wohin? Jetzt bin... Junge! Geh dann auch nicht wieder hier rein. Wenn er das auch mal spielen will, unten ist da Link. Zu der Seite. Aber es ist nichts für schwache Nerven. Piss dich. Piss dich. Piss dich. Piss dich. Das läuft ja gar nicht wirklich. Da schwebt er. Warum kommt er aber so ein Puh? Wahrscheinlich ist er nicht animiert. Das ist doof. Was muss ich machen, ey? Wo ist die Box? Da habe ich sie gefunden in drei Minuten und dann ist sie nicht falsch, oder was? Öh. Okay. Ein bisschen dünn, diese Wand. Ein bisschen unrealistisch, aber egal. Äh. Äh. Ich hör dich. Bleib nicht stehen. Ich hör ihn schon wieder. Ich hör ihn. Wawawawo. Viva, wivavow. Viva la vida. Was? Hier bin ich hier schon wieder? Nein. Okay. Jetzt bin ich hier. Oh. Da war er gerade. Ich habe ihn gesehen. Nö. Oder nicht. Oder doch. Oder nicht. Oder doch. Oder du. Oder da. Oder dir. Oder dir. Oder dir da. Hier war ich glaube ich noch nie. Hier war es noch nie. Nur tausendmal. Ich geh. Ich geh doch im. Mhm. Oh Mann. Bist du gemein. Jetzt ist er auf einmal da. Hauwap. Gut, dass man ihn immer sieht. Weil die Augen ja so glühen. Das ist cool. Jetzt ist er schon wieder da. Wo? Wo bist du? Wo? Junge. Ich habe sie gefunden. Bitte sei die Richtige. Bitte sei die Richtige. Bitte sei die Richtige. Bitte, 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 bitte. Bitte sei die Richtige. Bitte sei die Richtige. Sei die Richtige. Was machst du überhaupt? Es ist wieder die falsche. Warum? Hau ab! Aber ich sehe nichts. Das verschwimmt alles so verdammt. Und es ist zum Kotzen. Alter. Oder war es doch die richtige? Man muss zwei finden. Aber find the box. Also eine. Da ist er. Oder? Ja, da glitscht sich da wieder. Und teleportiert sich genau vor mir. Alter, bist du gemein. Aber immer diese Schocker-Momente. Der ist aber mal hinter mir. Ne, vor mir. Da ist sie wieder. Jetzt komm, bitte sei die Richtige. Okay, ich glaube, es gibt kein Ende. Weil jetzt wurde ich auf einmal umgebracht. Ah, der Second Ending. Ja, da habe ich wahrscheinlich den zweiten Ende gefunden. Ja, okay. Das war's mit ACP 423. Äh, falschrum. ACP 432. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit Psycho-Gamer wird auch eins kommen. Der wird sich bestimmt freuen. Bis bald und ciao.